so fängt es wieder an und so hört es auf mit dem Husten herzlich willkommen wir hauen die Let's Play Folgen raus Battlefield 4 es wird bald dann auch Battlefield 1 Let's Play Game aber die will ich zuerst mit einem Kumpel machen das heißt erst wenn der Kumpel mal gucken kurz ich muss mal einmal ganz kurz was gucken ich karte mal schnell okay so okay okay bitte ich habe hier erstmal so entspannter Server wo jetzt so kleine Runden sind so kleine Runden ich meine jetzt so wirklich kleine Runden ich will hier nicht so eineinund 60er Runde machen wir fangen ganz klein an und hören ganz groß auf wie die letzte Runde die fing was ich mit fünf sechs Spielern dann auf einmal ich weiß auch nicht was ist eine ganze Runde aber so sieht man mal wie im Lauf der Runde wie im Laufen der Runde im Laufen im Laufe der Runde so jetzt habe ich es so ein Server mal ganz schön voll sein kann also falls ihr mal so ein Server macht keine Sorge der wird schon kloppen die erste Hilfe ist unter dir jetzt habe ich gleich mal alle zwei am Anfang gekriegt also irgendwas stimmt jetzt hier schon wieder nicht also in guten Summe meine ich jetzt ne in guten Summe irgendwas stimmt ja wieder nicht ich mache bestimmt locker wieder vier fünf Küsse und dann komm ich zur Durststrecke also wie ich dachte ich spiele keine Nacht ah die sind oben ja doch die sind ja dann gehe ich auch mal nach oben schließe mich zerpart wir haben wenn sie nicht tot sind ah er hat mit dem Airboard so das ist natürlich so ein bisschen nüppig ist mein Handy schon da möchte ich auch den Sack weil irgendwas will das Handy immer das ist das brauche ich weil oh mein Gott oh yeah dann nehmen wir mal jetzt schon ein du gehst da nicht beschützt dich und äh und go und genau Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert und das mache ich jetzt ja eigentlich das ist ein bisschen zu blöd für meine Verhältnisse Achtung Einsatz für Charlie wurde neutralisiert und dieser blöde Husten jedes Mal Joooooo nein krieg ich nicht ich hätte noch so jetzt so gerne bekommen nee wir kappen doch oh man ich glaube ich hab was ich glaube ich hab's nicht mehr so also meine Reaktion ist irgendwie so richtig mies dass ich das nicht merke oder ich weiß nicht also ich hätte jetzt aber ich hätte muss jetzt mal ernsthaft ich hätte jetzt ernsthaft gesagt dass er so um die um eine Ecke so steht und so lauern tut so wie ich das zum Beispiel jetzt machen würde nein er konzentriert sich voll drauf was vor ihm geschickt ist doch klar dass ich ihn dann holen kann also das ist jetzt so ein ganz blödes Verhalten von ihm ich weiß wenn ich jetzt drüben wenn ich jetzt umgehe dann kommt wieder irgend so ein die sind hier so ich kann nicht einnehmen doch ja 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 ich kann ich könnte zwar schon besser erzählen kopf drauf und habe ich gesehen kopf drauf und ich habe den nicht mal auf den kopf ich habe den gar nicht mal auf den kopf getroffen was kommt kopf drauf und was ist das für scheiße man also eben weil glück für mich muss ich sagen ich hätte auch so oder so gekriegt aber ist das nicht schon ein bisschen komisch das ist auch geil weißt du er rennt weg er rennt weg wer kriegt es ab ich als ob das nicht in der ist doch ein bisschen wie mit mir also das ist doch schon wieder unfair also hier ja ich bin klar der hat bestimmt genau gewusst da hinten ist mein teamkollege dann da verziehen sich mal mit ihm vergnügen ja das kommt jetzt zu gehen ähm ich gehe lieber hier lang aber auch nicht mit dem dd wenn die da zu zweit kommen äh ich auch mann ja leute rennen doch gar nicht durch man ey wenn die da stehen dann wissen die da kommen und dann ja mann ich liebe diese waffe ich liebe diese waffe das ist eine richtige rage waffe jo alles da ab da waren wir das knapp ähm naja doch das ist schon mal richtig nice waffe also ich hab's übelst Bock so zu zocken sowas ja also wär's schon geil fällt mit der skr so richtig bock zu zocken also wär's schon geil fällt mit der skr so richtig bock zu zocken ich mache wo die skr haben in höherer schaden in höheren schaden genau ähm das ist bloß eine kugel also eine kugel da weniger so viel herhören einsatzziel echo wurde neutralisiert ist das das hat nun wieder auch nicht haben sie los 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 meiner Meinung nach also im Einzelfall kann diese eine kugel weniger wirklich leben retten aber nicht bei mir wie viel spiel sind wir sind 3 ah da ist jetzt noch ein neuer zugekommen ey das wird mehr also wenn es jetzt hier noch eine riesengroße runde wird was ich nicht hoffe weil ich mag keine an diesen Orgen hier war da einer also der neue killt mich erst mal ich hab gar nicht gesehen ich dachte der ist das ist nein die hat mich jetzt nicht ernsthaft gekippt wie wie sie die das war so sicher dass der den holt man so sicher war das hier nix hier mit 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 Verfehlung und so oh mein Gott also wenn ich die jetzt nicht krieg dann hat Osama Bin Laden hier deftig verkackt hier drüben ist deine erste Hilfe nein 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 oh man wenn es der jetzt wieder wo kommt der denn her mann alter also ja wen jetzt kann der einen killen der Penner alter 0 zu 2 ja gib dem mal noch schnell Munition genau ist ja auch kein Problem anstatt der man medisch bist nein aber wieder belegen kann man mich ja nicht aber der spielt mit der Alka oder das kann ich wahr sein spielt der jetzt mit der Alka ich bin mir sicher spielt der denn mit der Alka ich weiß es nicht ich hab's nicht gesehen was red ich da eigentlich für Bullshit nein die sind ja zu viel ne oh Digga der spielt locker mit Alka aber also was kommt ey ich treff hier jeden Gegner bloß halt nicht diesen pinken der erste Hilfe Mann diesen Pink Premium obwohl er sich bestimmt nicht mal Premium gekauft hat wie der erstmal ich geh nach da wo geht er hin er sieht dass ich so in so ne Richtung renne was macht er er rennt in eine andere Richtung ohhhhhh der Sinn den Sinn daran da den versteh ich ja daran jetzt nicht aber der spielt in einer Alka oh nein ey 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 und Pink Premium Pink Premium wenn er da mit der Alka du kannst doch nicht ey es euch schon mal aufgefallen das sind jedes Mal mein Gameplay immer die Level 140er immer eine Alka haben ist euch das schon mal aufgefallen er ist Level 140 er hat eine Alka war also jetzt mal eine Frage des Tages schreibt es in die Kommentare warum haben Level 140er also im Ende des Levels immer eine Alka ja schreibt mir die Antwort die richtige Antwort kriegt was äh das ist komisch das ist nämlich schon aufgefallen also äh 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 du 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 hast doch keine Ahnung du du alles klar was war das jetzt für Scheiße das war jetzt der pure Kack ich hab deine erste Hilfe für dich ne das war jetzt der Scheiße das hat jetzt ja keinen Spaß gemacht die Gränder durch und was kommt nischt alles doch scheiße ist doch schmackhaftig ey und weg sind sie alle und du hoch du hoch du hoch das schrotflinte und Alka natürlich es kommt nur Gegner äh es kommt nur Gegner wo ich mir denke aha aha die haben ja Waffen hihihi weil ich verstehe was meine natürlich gehe ich jetzt hier nicht aus also ähm ähm den Primum konnte ich jetzt schon zweimal holen also so umbeherst das ja jetzt nicht ne ne aber dieser mit der Schruppschrank der geht nicht schon bis auf den Sack weil der denkt zu dir er ist der Master oder ist das haha oh man oh man die wissen gar nicht mit dem sie sich da annehmen ich bin ich bin ja äh äh ich 23 Master äh mit dem hier und was kommt ich hab mich gerade ernsthaft stehen geblieben wieso hä ich messer den ne ich drück die Messer äh taste wieso messer der nicht und was ist das denn schon wieder für scheiß was ist das denn hier schon wieder für nen tschaufen von spiel ey ne ich will nicht mit eurem mit euch dabei sein das ist mehr zu viel so einfach jetzt werden wir nicht an der Pech Reizmann der Anzahme bei der Führung um die umgekehrt aber man kann das Spiel wird ja so wo es kommt ja wo es kommt ja es ist ein Medikirchen es hat ja okay der Weg erhält sich mit PIN bringen und gleich abgesehen wie die ja erstmal so spawnt direkt vor mir nur Glück gab, dass ich im Vorteil war um 7% leben weil ich mehr Kontroll über die Waffe habe als er deswegen zahlt es sich aus mit einer Allrounder zu spielen nicht mit einer Klaus-Quart aus Biest, weil... Ah, ich sag das euch nicht, weil... Yo! Voll! Habe ich den jetzt ernst noch gekriegt? Nö! Also wenn ich dir jetzt noch gekriegt habe... Ah, nö! Nö, hab ich doch gekriegt, nö, nö! Ich wusste, da war nämlich ein Laser zu sehen aber ich war mir jetzt nicht sicher, wieviel da nämlich waren deswegen ist das Problem dabei gemacht ich geh rein, ich kille einen und der eine kille nicht und ich kenne das ich weiß, ich kenne das schon Na, 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 na... Ich kenne jetzt gehen, auch noch locker, alter und weg ist er, yeah! Wegschutz, Alter! Am und gleich mal eine 400-Akadie Ah, so gefällt es mir doch, ne, siehst du doch AEK-Typ unter Kontrolle, das gefällt mir also, wenn ich wenn ich einen Spieler unter Kontrolle hab' der so richtig leidendrückt, weil er denkt, er kann mich mit seiner Pussy-Waffe holen, alter der hat sich, äh... der hat sich geschnitten... Ich brauche aber Munition Der eine ist doch locker Munitionsmann, ne? War hier nicht nur einer bei uns Munition, ne? Ich weiß nicht, so... Ne, jetzt sind auf einmal alle Mediker, alter, alles klar Jetzt brauche ich Munition, jetzt sind alle Mediker, oder was, ey? Zeig dich da! Du kannst nicht ruhig gehen! Du Schmuck! Ich hab' den, ne, doch... Er legt sich hin und kriegt ihn trotzdem noch unter, ey... Das ist komisch, ich hätte... Er legt sich hin, ich ziel noch nicht mal auf ihn, ne? Weil er sich ja in dem Moment hinlegen tut, und die Kugel ganz woanders und liegt. Brauche Munition! Ey, das ist... Mega geil, also, ha! Hallo noch mal überlegt! Das war so ein Spiel dermaß, oh, IK-Typ, IK-Typ! Ich hol' dich mal, ich hol' dich mal, ich hol' dich mal, ich hol' dich mal, und weg bist du! Na, zack! Ist einer von euch Munition? Ach, du bist Munitiker, ich hab' dich wiedergelebt, das gibt mir Munition! Ey, ja, gib mir eine Munition, das ist richtig, also, so lebt man das Teamplay, Leute! Oh mein Gott, hab' ich den nicht? Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Ah, ich wollte den so umdrehen, wiederbeleben, aber... Ah, okay, mit dem Kanaden, auf, naja, elf zu drei, alles klar! Was geht hier ab, elf zu drei, soviel Kids hab' ich doch gar um 30 zu sechs! Soviel Kids hab' ich gar nicht mal gemacht, ging denen, so alles klar, was geht hier, was geht hier? Dann pass' auf, der macht jetzt, oh, Digga, Digga, nein, 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 nein! Digga, der macht jetzt locker... Alter, dann steckte ich nicht mal hier lang, geht, alter, und da hol' ich mir den, ey, jetzt seh' ich die jetzt, also nicht mehr, alles klar! Nein, scheiße, er sieht nicht, oh, du Hure, ey! Da kämmt der Pissar, ja, jetzt hat er nämlich, jetzt, ah, fuck, jetzt geht nämlich die Kill, jetzt sag' ich doch, jetzt geht nämlich die Kill-Reihe los, er kämmt da aber so schön! Er so denkt, er ist der Pussy-Mann, wisst ihr, also Pussy-Mann! Aber das werd' ich mir nur ausreden, kleine Pussy-Mann! Schieß doch nicht doch den Mensch! Oh mein Gott, äh, ich will zu dir! Und dem Tränom, Asa la vista, Baby! Da ist deine erste Hilfe, hol' sie dir! So, den Nachland tun wir noch nicht, weil ich weiß hier, wo der Gegner, und, äh, ich lade nach, und der Gegner, und der Gegner nimmt ein, ja, alles klar! Erwarte Befehle! Ähm, ja, wusste der! Ah, das mag ich so ein Spiel! Die liegen da mal rum, das wird es jetzt, weil es der Gegner, wo ich kurzzeitig war, bin, ich weiß auch mal nicht, wo er ist, also, muss ich ja wieder hoffen, dass, irgendeiner ihn Killed, ihn sieht, also, unten ist er auf jeden Fall nicht, also, muss er hier oben sein, und so, er muss oben sein! Ja, die kommt's auch schon, wenn er nicht, ob es ist! Also, hier sind auf jeden Fall mehr als ich! Beziehungsweise, hier sind viele als ich! Ja! Nein! Ja, warte, jetzt nur, ah, okay, mal sagen, ja, ich wollte eigentlich, äh, abschießen, aber dachte, wenn er sagt, dann liegt da gar nicht so schnell auf Messern, äh, ja, zweimal muss ich's versuchen beim dritten Mal, ging das dann auch doch endlich, also, das Messern, das ist ja noch nicht so richtig durchdacht. Danke, Bruder! Ich hab's immer danken für die Befehle, denn, ich möchte ja wieder Befehle haben, oder ich möchte das Wort leader sein! Eils von beiden! Oh, ich bin sogar das Wort, die der gewonnen, der ist das Alter, das weiß ich, wer das hier, C1, der ist! Oh mein Gott, also, das ist mal so ein richtiges, so ein richtiges, so ein richtiges, Ne, nur den packen nicht aber immer wieder ist kein Aktion, ry Das funny das hier jemanden, der da DX ein Brud, irgendwo in große geraten und auch Zähne. Da Nö ich letztlich kein Aktion, sondern ein怎麼-24 in einigen, ich meine, und ich ich höre ich schieße auf denen er mehrmals zu hören er will mich einfach mal zum Dauerfeuern und das alles da ist das für nur die Möber von meinem Stuttgart nicht erhält die sind nicht alle erst jetzt gestorben er hat es unter der Welt hier ist eine erste Hälfte der Konferenz durch die Türen kommen aber hier ist die Kanate da ist das Medikettgeber das ist immer so ätzend bei den kleinen Medikets das ist zwar gut so für unterwegs da muss man nicht immer stationär diese Einstände aber das nervt wenn du da in die Sitz und genau in dem Moment geht er nicht los und nein die Prämie liegt da unten da war nur noch weiter und das sind da Kartons ich glaube das ist sein Prozent sein Wohnzimmer da also die Stelle da wird wurde gerade sich gemütlich macht so hart oder so schlecht machen er liegt mir zu viel das Wettbewerbstehen der Welt oder wie auch mal man das aussprechen tut ich bin scheißegal ich will diesen Eimer aber ich will noch einmal diesen Schmuck holen diesen da muss ich mich aufpassen und da war es kein nein und der ARK liegt nicht da habe ich nicht ich hab den ich hab den im Noscope ich hab den im Noscope bei so einem Hüftfeuer hole ich den einfach mal und er das ist das Problem wenn er sich nämlich hinlenkt weil er dann direkt auf meine Füße zielt und und ähm wie gesagt es hat Nachteile für ihn in dem Sinne zwar sehe ich ihn dann kurze Zeit nicht mehr aber nein ja wie man sieht und schon wieder hat das Nachteile für ihn also für ihn wird das jetzt ja für ihn wird das nicht mehr gut enden also jetzt habe ich schon zwei zu mögen ihn also wird so in der Phase jetzt die letzte Phase des Spiels die 46er Phase die 47er Phase na jetzt kommt er nämlich gar nicht mehr ne jetzt hat er nämlich Angst hier Schmuck Was machst du denn da? Komm zurück! Oh jetzt kackt er richtig ab jetzt kackt Pink Premium aber rustisch ab oh mein Gott so wir sehen uns jetzt in den letzten 14 Points was machst du denn da alter? die erste Hilfe ist unter dir nehm so die letzten 40 äh wir ziehen jetzt den Counter mit sieben wenn ich ihn um noch füge hallo du ja komm 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 renn 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 es sind nur noch ein paar Sekunden ein paar Sekunden lass ihn mir kriegen lass ihn mir kriegen ich kriege und kurz bevor das Spiel zu Ende ist oh meine Güte und das war noch Pink Premium also Masteralter ohne Witz ey ey das hat jetzt richtig Spaß gemacht die 100 das ist ne Runde weil es da feiere ich mich selber ha ha jetzt hab ich auch mal eingebildet sein ja versorgt mir das nicht oh alter wie viel man dafür kriegt alter ja dicker alter Pink Premium hier nix mehr Pink Premium ich wünsche euch noch was wir sehen uns bis zum nächsten Mal Ciao Hi Leute die kleinen Menschen die da gleich kommen das sind meine Freunde seid nett zu ihnen die sind doch niedlich die sind ja um sie hin die sind nicht und so die sind nicht ich